Sophie, komm. Komm nach vorne, musst keine Angst haben. Was du allerdings musst, ist die Wahrheit zu sagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Klar, oder? Ja. Also, als Sophie Rittmann, zwölf Jahre alt, du wohnst in München, du bist natürlich nicht verheiratet, bist Schülerin, verwandt oder verschwägelt mit dem Herrn König bist du nicht. Nein, es ist der Vater von Dennis. Du sollst ja auch am 12. Geburtstag von Dennis bei ihm zu Hause gewesen sein. Da habt ihr den Geburtstag von Dennis gefeiert. Ja, ich war da gemeinsam mit meinem Freund Marcel. Wie verlief denn der Abend? Erzähl doch mal. Also, wir saßen zuerst im Wohnzimmer und haben DVDs für den Abend ausgesucht. Und dann kam Dennis' Vater aus der Küche und wollte uns zeigen, wie man richtig Partygetränke mixt. Er hat dann Wodka auf den Saft geschüttet und gesagt, wir können es ruhig trinken. Er hat uns dann alle ein Glas in die Hand gedrückt. Und ja, wir sind ja schon erwachsen, fast erwachsen und so. Und das wäre ja ganz okay. Hast du dann davon getrunken? Ein bisschen. Es war ja auch nicht schlecht oder so. Aber ich habe mir einfach nicht denken können, es ist echt erlaubt, das war. Erwachsen ist man ja eigentlich erst mit 18 und wir sind erst 12 und 13. Und ich hätte echt lieber in eine DVD geguckt. Und meinetwegen hätte ich auch Monopoly gespielt. Ja, das wäre mir auch lieber gewesen. Aber ihr müsstet mich ja einsperren und habt den Wodka alleine ausgetrunken. Herr König, Sie sind jetzt mal still und gehen das Mädchen nicht so an. Da lege ich Wert drauf. Ist das klar? Ja, bitte Herr König. Aber du hörst ja, wie er sich aufregt. Deswegen frage ich jetzt schon einfach nochmal nach, stimmt das auch wirklich so, was du uns hier sagst? Ja, klar. Das ist doch die Hülle. Entschuldigung? Ja? Könnte ich bitte kurz dann aufs Klo gehen? Na klar, geh nur. Gut, danke schön. Gott, Kilian, reiß dich doch mal zusammen. Du hast das Problem, nicht die Kinder. Nein, eigentlich ist das Aileen schuld. Die hat den Wodka mit ins Haus gebracht. Na, siehste? Sag mal, spinnst du? Das ist das Damenklo. Ich weiß, aber ich dachte, die sind mir ungestört. Was willst du? Was dir sagen, wenn das Gute drin läuft. Deine Äxte wird es verurteilt, ja? Also will ich jetzt auch meinen Lohn. Komm, also zieh ich aus, ne? Ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Warum? Das war unser Deal. Und ich will es jetzt. Also entweder du ziehst dich jetzt aus oder ich gehe da rein und verrate alles. Du hast die Wahl. Du gehst jetzt mal ganz schnell zurück in den Saal und dort wartest du, bis das Urteil gesprochen wurde. Dann gibt es die Belohnung. Das war der Deal. Also verzieh dich. Los! Ja, geh! Geh! Sophie, wie ist denn dann die Party weitergegangen? Keine Ahnung. Ich habe dann behauptet, ich muss nach Hause, weil ich wollte nicht zugeben, dass mir der Wodka eigentlich gar nicht geschmeckt hat. Und ich wollte auch kein Spielverderber sein. Wie spät war es denn, als du nach Hause gegangen bist? So ungefähr zehn. Ich bin dann zu Fußhallen gegangen, weil ich wohne ja nicht weit. Hast denn du zu Hause erzählt, was das für eine seltsame Party war? Warst du da vorgefallen? Nein, ich habe mich gleich ins Bett gelegt, weil ich habe gedacht, wenn ich das erzähle, dann darf ich nie wieder auf eine Party gehen. Und ich habe mir echt nicht denken können, dass das wirklich erlaubt war. Vermutlich ist das auch der Grund, warum Sophie uns hier anlügt. Sie hat Angst vor einer Strafe, wenn herauskommt, dass Sie und Ihre beiden Freunde den Alkohol von sich aus getrunken haben. Herr Vorsitzender, könnten Sie bitte mal Sophie fragen, ob ich damit richtig liege? Ja, Sophie, du hast die Frage gehört, oder? Ich würde niemals freiwillig Alkohol trinken. Ich meine, Dennis' Mutter hat mir mal erzählt, dass sein Vater total betrunken in einer Kneipe saß und sich ganz nackt ausgezogen hat. Einfach so. Ich will nicht, dass mir sowas mal passiert. Ja, da hast du sicherlich recht. Alkohol ist in jedem Fall mit Vorsicht zu genießen. Aber jetzt nochmal zu der Party. Hast du eigentlich da mitbekommen, ob an dem Abend auch die Ex-Verlobte ist angeklagt, die Aileen Dreyer mal da war? Ja, die war kurz da. Sie haben sich auch gestritten. Er hat Schlampe zu ihr gesagt und dass er sie deswegen auch nicht heiraten will. Und dann ist sie auch schon wiedergegangen. Das sagst du vor den Kindern? Hast du auch mitbekommen, ob sie mal in der Küche war? Nein. Bitte fragen Sie doch mal die Zeugin, ob sie da wirklich ganz sicher ist. Bist du dir ganz sicher, dass sie nicht in der Küche war? Ja. Weiterfahren. Danke. Danke, dann war es das für dich. Du darfst nicht Platz nehmen, bleibst unvereinigt. Danke. Die Zeugin Aileen Dreyer, bitte. Guten Tag, Frau Dreyer. Nehmen Sie mal bitte hier Platz. Sie wissen sicherlich, dass Zeugen natürlich grundsätzlich die Wahrheit sagen müssen und dass sich strafbar macht. Wer das nicht tut, rein vorsorglich. 55, StPO, belehre ich Sie. Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Aileen Dreyer, sind 27 Jahre alt, wohnt in München. Wie ist denn Ihr aktueller Familienstand? Tja, wieder ledig. Sie arbeiten als Servicekraft in einem Café. Sie sagen schon, wieder ledig. Das heißt, Sie sind weder verwandt, verschwägert noch verlobt. Nein, gar nichts mehr. Den Antrag, den hat er ja wieder zurückgenommen. Bevor wir mal zu dieser ganzen Geschichte zwischen Ihnen kommen. Zuerst die Frage, waren Sie am Abend des 26. Oktober auch beim Angeklagten im Haus? Ja, ich war da. Ich habe noch meine letzten Sachen geholt, so Schminkzeuge und ein paar Klamotten, sowas. Wussten Sie, dass an dem Abend der Sohn ist angeklagt und er seinen 12. Geburtstag feiern wollte? Ja, das wusste ich. Und wahrscheinlich war ich ja gerade deswegen nicht erwünscht in seinem Haus. Kilian hat mir gleich am Anfang in der Tür gesagt, ich soll mich möglichst beeilen, verschwinden und unauffällig bleiben. Tja, so eine Schlampe wie mich, hat er gesagt, wollte er nicht mehr in seinem Haus haben. Wahrscheinlich gerade wegen seinem Sohn. Wie lang sind Sie geblieben? Naja, ein paar Minuten nur. Ich bin hoch, habe meine Sachen geschnappt und dann bin ich wieder weg. Ich habe mich natürlich nicht von ihm verabschiedet. Und wann waren Sie in der Küche und haben dort heimlich den Wodka gekundet? Bitte was? Ich war nicht mal in der Küche. Aber eine Flasche Wodka, die habe ich wirklich gesehen. Die war im Badezimmerschrank. Das war so eine Flasche mit einem blauen Etikett. Und genau so eine Flasche wurde später von der Polizei in der Küche gefunden. Tja. Also hat der Angeklagte vermutlich diese Flasche aus dem Bad geholt und in die Küche gebracht. Ich habe keinen Wodka im Haus gehabt. Den hat Aline mitgebracht. Hab ich nicht. Hast du doch. Seitdem ich den Heiratsantrag zurückgezogen habe, bist du nur auf Rache aus. Ja, würdest dich denn wundern oder was? Jahrelang bin ich gut genug fürs Bett für dich, ja? Und dann plötzlich machst du mir einen Antrag und ziehst ihn ein paar Tage später wieder zurück. Wer wäre da nicht sauer, bitteschön? Sie sollen für meinen Mandanten sogar mit Ihrem Freund Schluss gemacht haben, oder? Ja, das habe ich. Naja, Kilian war eben die bessere Partie. Er hat einen gut bezahlten Job in der Plattenfirma und ja, immer wieder bekommt er Tickets umsonst. Dumm nur, dass er sie dann abserviert hat, nicht wahr? Aber vielleicht nimmt sie ja ihr Exfreund zurück. Machen Sie Witze, oder was? Der schaut mich doch mit dem Arsch nicht mehr an. Also jetzt bitte, da sind Kinder im Saal, da würde ich mal ein bisschen auf die Wortwahl achten. Ja? Ja. Können wir uns da auf einigen. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie waren eigentlich mit einem anderen Mann zusammen, aber er hat Ihnen dann einen Antrag gemacht. Das hat mich selber total gewundert, weil da lief eigentlich nicht wirklich was. Also eines Abends, da kam ich aus der Kneipe, in der ich arbeite und da stand er plötzlich mit Blumen in der Hand und hat irgendwas vom Heiraten erzählt. Und naja, vorher war das nun so eine Bettgeschichte zwischen uns. Nach der Arbeit sind wir zu ihm oder zu mir. Das ist, ja, das kenne ich irgendwoher. Er war am Anfang so cool und ich fand ihn ganz toll. Aber ich hatte auch nur eine Affäre. Für mehr hatte er sowieso kein Interesse. Und dann hat er Sie auch noch mit dem Kind sitzen lassen, na toll. Er hat zwar Unterhalt gezahlt, aber mehr Interesse hattest du ja nicht, nicht wahr? Ja, also ganz ehrlich, irgendein Vater, der ständig raucht, säuft und nur Party macht, auf den kann man auch verzichten. Seien Sie froh, dass Sie ihn los haben. Glauben Sie mir, das bin ich auch. Aber den Scheiß mit dem Antrag, den hättest du dir echt noch sparen können. Das mit dem Heiraten, das tut mir leid. Ja, sicher. Und das heißt, was tut Ihnen denn da leid? Na ja, ich weiß auch nicht. Ich wollte ein komplett neues Leben anfangen. Keine kurzfristigen Bettgeschichten mehr. Was Ernstes, was Seriöses. Und Aileen war die ganze Zeit für mich da, also habe ich ihr einen Antrag gestellt. Ich habe dann aber schnell festgestellt, dass das keine gute Idee war, weil meine ganze Vergangenheit mit Aileen verknüpft ist. Und gerade die wollte ich ja ablegen. Deine ganze Vergangenheit ablegen? Hör doch auf mit dem Scheiß. Ich habe mich geändert. Kein Alkohol mehr, Sport, geregelte Arbeitszeiten, keine durchzechten Nächte. Gefällt dir nicht, ist aber so. Komm, tu doch nicht so. Du säufst doch nach wie vor. Tu ich nicht. Wie kommen Sie da drauf? Ich habe es doch mitbekommen. In der kurzen Zeit, in der wir verlobt waren. Du dachtest, ich merke das nicht, he? Einen Tag vor der Kinderparty war das noch. Das ist ja interessant. Ja. Er hat nämlich gelogen. Er hat es keinen einzigen Tag ohne Alkohol ausgehalten. Vielleicht mal in Halden, dann hat er sofort wieder zur Flasche gegriffen. Das stimmt doch gar nicht. Natürlich stimmt das. Dachtest du, ich bekomme es nicht mit, oder was? Sag mal, ich hätte mal eine Frage an dich. Hast du eigentlich diese komische Figur noch auf deinem Kamin? Ja, ja, ja. Diesen Hasen mit Hut, he? Ja, die hast du noch, ne? Da hat er nämlich heimlich seinen Alkohol reingefüllt und hinter meinem Rücken... Stimmt das, Herr König? Soll ich den Hasen holen? Das wäre ja dann der Beweis dafür, dass er nie trocken werden wollte. Ich will doch trocken werden. Aber leichter gesagt als getan. Du hast mich belogen. Ja, natürlich hat er gelogen. Der wollte vor Ihnen nur gut dastehen, damit er seinen Sohn sehen kann. Das ist echt die Höhe. Aber ehrlich gesagt habe ich nichts anderes von dir erwartet. Ja, der Mann ist doch eine einzige Lüge. Nur um Spaß zu haben, dafür geht er über Leichen, he? Frauen mussten dran glauben, Männer und jetzt sogar noch die Kinder. Als die Party war, hatte ich ehrlich über eine Woche nichts angerührt. Wow, eine Woche. Frau Dreyer, vielleicht fällt es meinem Mandanten tatsächlich schwer, alleine und ohne fremde Hilfe vom Alkohol loszukommen. Aber er wird eine Therapie machen. Ja. Ganz sicher. Und was den Wodka im Bad anbelangt, ist das doch ganz eindeutig eine Erfindung von Ihnen. Sie selbst haben uns doch vorhin schon die Vorlage geliefert, ne? Das ist doch ein Rache-Felzug von Ihnen, weil Sie meinen Mandanten verurteilt sehen wollen. Sie wissen genau, wie wichtig ihm das Umgangsrecht mit seinem Sohn ist. Und damit wollen Sie erreichen, dass er das Besuchsrecht, das Umgangsrecht für seinen Sohn verliert, nicht wahr? Ja. Um ehrlich zu sein, ja. Das ging ja einfach. Sie geben also alles zu? Nein, nein, nein. Nur das mit dem Umgangsrecht. Sehen Sie, sie gibt es auch noch zu. Sie gönnt mir das Glück mit Dennis nicht. Sie gönnt mir überhaupt nichts mehr. Entschuldigung? Ein Vater, der seinem Sohn, seinem zwölfjährigen Sohn Alkohol gibt, dem muss doch das Recht entzogen werden, ihn zu sehen. Ja, das gefällt dir, oder? Ja? Aber ich werde um kämpfen, ja? Ich liebe meinen Sohn. Ich werde um kämpfen. Ja, das werden wir noch sehen. Gut, also sollten Sie heute wirklich verurteilt werden, dann muss ja erst nochmal von dem Familiengericht geprüft werden, wie das wirklich mit Ihrem Besuchsrecht dann aussieht. Ey, Mama, ich will den Papa aber wieder sehen. Dennis, ey, das ist nicht so leicht. Vielleicht kannst du ihn ein, zwei Monate jetzt nicht sehen. Und wenn, dann nicht alleine. Das ist ein ganz guter Ansatz, würde ich sagen. Ich will den Papa aber auch allein wieder sehen. Mit dir gemeinsam ist es nicht dasselbe. Nein. Dennis, vielleicht gehst du kurz mit Marcel und Sophie raus, wenn der Richter das Urteil spricht. Vielleicht ist das gar keine so schlechte Idee. Wir holen euch auch nachher nach dem Urteil wieder ein. Komm, ich bin. Nein, ich will aber hier bleiben. Dennis, dann sag doch bitte die Wahrheit. Wenn das dir auch so wichtig ist für mich, dann sag bitte die Wahrheit. Dennis, du hast doch die Aussage verweigert und deinen Vater nicht belastet. Damit hast du ihn aber auch nicht entlastet. Was? Sag mal, sag mal, spinnst du? Ich mach da jetzt nicht mehr mit. Und ich spinne auch nicht. Mir ist 80D auch total egal. Was ist denn jetzt 80D? Also, Moment mal, Moment. Moment, das klingt eigentlich gerade fast so, als hättet ihr alle drei da irgendwie eine Abmachung miteinander, oder wie? Nein, haben wir nicht. Komm, jetzt gehen wir raus. Nein, ich will nicht, dass mein Vater solche Schwierigkeiten bekommt. Es war doch nur ein bisschen Alkohol. Oh, jetzt halt die Klappe. Ich will aber nicht mehr lügen. Du willst nicht mehr lügen? Heißt es, du hast gelogen? Ja, wir alle. Das ist ja interessant. Weißt du was? Dann nehmt ihr alle auch jetzt mal auf der Bank Platz. So, und dich, Dennis, erinnere ich jetzt nochmal daran, dass man hier unbedingt die Wahrheit sagen muss. Klar. Und jetzt sag uns allen mal, wie ist denn der Abend wirklich abgelaufen? Also, ich wollte wirklich nur Milchshakes trinken, aber dann ist mein Vater so komisch gewesen, als er seine Cola getrunken hat. Er ist zu uns und hat an unseren Shakes und gerochen und ist dann im Keller verschwunden. Da hat Marcel gesagt, dass es total öde ist, wie mein Vater auf den Alkohol reagiert, den er ihm in die Cola geschüttet hat. Er wollte halt sehen, was passiert, wenn einer, der trocken war, wieder Alkohol trinkt. Ach, und wo war der Wodka her? Den hat Marcel in seinem Rucksack mitgebracht. Ich war total sauer, aber er hat gemeint, dass ich doch nicht den ganzen Tag Milchshakes trinken will. Ich bin doch kein Baby mehr. Und du wolltest natürlich auch kein Baby sein. Nee, bin ich auch nicht. Das heißt, der Marcel hat den Alkohol mitgebracht. Und als dein Papa dann weg war im Keller, was habt ihr dann gemacht? Marcel hat dann den Maracuja-Saft mit dem Wodka gemischt. Am Anfang war das ja auch ganz okay, aber dann weiß ich nicht mehr viel. Ich bin im Krankenhaus aufgewacht und mir war total schlecht. Und wie war das mit der Kellertür, als dein Papa im Keller unter ist? Wer hat die zugesperrt? Die hat Marcel zugesperrt, damit wir ohne Papa Party machen können. Sophie, auch du musst die Wahrheit sagen. Das passt aber überhaupt nicht mit dem zusammen, was du uns vorher erzählt hast, oder? Ich wollte da nicht mitmachen, deswegen bin ich doch dann auch gegangen. Aber am nächsten Tag kam Marcel zu mir und hat gesagt, wir müssen lügen, dass wir keinen Ärger bekommen. Das heißt, ihr habt alle drei gelogen. Das gibt's doch nicht. Ihr habt alle gelogen. Ja, dann hat Eileen damit ja gar nichts zu tun, wenn Marcel den Wodka mitgebracht hat. Ja, natürlich nicht. Das sage ich doch die ganze Zeit. Kann ich jetzt bitte gehen? Ich fühle mich ein bisschen überflüssig in dem Kindergarten. Nicht ganz so schnell. Das ist auch kein Kindergarten. Bleiben Sie wirklich dabei, dass Sie da im Bad schon eine Wodkaflasche gesehen haben? Ja. Nein, die Frau Dreher lügt. Sie ist zu uns ins Krankenhaus gekommen, als sie gehört hat, was passiert ist. Sie wollte dann genau wissen, wie es passiert ist. Und sie hat gesagt, dass wir lügen sollen, weil sie meinem Vater eins auswischen will. Und wolltest du, dass dein Vater eins ausgewischt wird? Nein, natürlich nicht. Aber sie hat gemeint, dass wir sowieso lügen müssen, weil wir sonst Ärger bekommen. Und sie hat ihre Rache. Aber Marcel hat es mir gesagt, ich soll lügen. Nicht, Frau Dreher. Marcel hat dann halt was fürs Lügen gewollt und sie hat uns diesen Deal angeboten. Einen Deal? Was für ein Deal? Was für ein Deal denn? Marcel, auch du weiter in Wahrheit, bitte. Deal? Ja. Du musst jetzt die Wahrheit sagen. Also. Was für ein Deal, Frau Dreher? Wovon reden die Jungs denn? Ich hab keinen blassen Schimmer. Also. Ich schätze mal, dass dieser Deal mit diesen ominösen 80D zu tun hat, oder? Der Dennis ist doch vorhin die ganze Zeit vor sich hingemurmelt. Und jetzt ist es beiden Jungs offensichtlich ziemlich peinlich, oder? Stimmt das, Dennis? Ja, aber ich weiß eigentlich gar nicht genau, was das so ist. Aber Marcel hat's gewusst. Und ich wollte halt nicht wie ein Nullchecker dastehen. Marcel. Weißt du, was das bedeutet? Ja. 80D. Also, die Frau Dreher ist zu uns ins Krankenhaus gekommen und hat uns halt diesen Deal angeboten, dass, wenn wir lügen und der Herr König verurteilt wird... Schon klar. Aber wie genau hat der Deal ausgesehen? Ja, dass sie uns halt ihre nackten Brüste zeigt. 80D eben. Und von meinem Vater weiß ich, dass 80D was echt Besonderes ist. Was? Idiot! Du, ich hab gelogen, weil du es gewollt hast, dass du meine zusammen sind. Und du machst das wegen der Oberwärter von der anderen. Du bist echt so mies. Warte, Eier. Stimmt das alles? Und wenn schon. Die hätten doch sowieso lügen müssen, damit die ihren Arsch retten. Und wenn schon. Von wegen und wenn schon. Und jetzt sag mal, was ist mit dem Wort kein Bart? Ja, das stimmt. Aber ganz ehrlich, er hat diese Verurteilung doch verdient. So geht man nicht mit seiner Verlobten um. Nicht so? Hast du mich verstanden? Also ihre Kränkung ist die eine Sache. Aber mit Verlaub, ich glaube mal unter den Voraussetzungen hätte die Ehe eh nicht lang gehalten, oder? Aber was sie mit den Jungs da machen. Hey, sie können doch keine Kinder zur Falschaussage anstiften. Noch dazu, um im Grunde den Papa zu ruinieren, dass er das Umgangs- und Besuchsrechte mit seinem Sohn verliert. Jetzt nochmal zu euch da hinten. Konkret zu dir, Marcel. Du hast die Kölertür abgesperrt, richtig? Und wer hat sie wieder aufgesperrt dann? Wahrscheinlich auch ich. Keine Ahnung. Wann und warum, weiß ich nicht mehr. Ich kann mich eh nicht mehr an viele erinnern. Was habt ihr euch nur dabei gedacht? Mama, es tut mir leid. Ich schwör auch, ich trinke nie wieder Alkohol. Naja. Fragen noch an die Zeugen? Dann bleibt die Verteidiger unvereidigt. Nehmen Sie mal bitte hinten Platz. Auch der Marcel und der Dennis und auch die Sophie bleiben unvereidigt. Weite Anträge, weitere Erklärungen? Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsweib, bitte. Das Gericht der Verteidiger. Ich meine, dieser Fall schlägt wirklich dem Fass den Boden aus. Und der dürfte in der deutschen Kriminalgeschichte einzigartig sein, dass Zeugen mit einer Körbchengröße 80D zu einer Falschaussage bei Gericht angestiftet werden. Das muss man sich mal vorstellen. Frau Dreyer, Sie werden sich das sehr oft vorhalten lassen, müssen gut vorstellen. Wie der Vorsitzende der Richter gesagt hat, das ist nicht nur eine Anstiftung zur Falschaussage. Sie wollten damit gezielt darauf hinwirken, dass der Angeklagte sogar sein Sorgerecht verliert. Und das wird sich in dem Ermittlungsverfahren gegen Sie bestimmt nicht straferleichternd auswirken. Der Angeklagte ist jedenfalls auf Kosten der Staatskasse frei zu sprechen. Danke, Herr Staatsweil, Herr Verteidiger. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, es ist wirklich das Allerletzte, wie Sie hier, Frau Dreyer, aus purer Rachelust Kinder angestiftet haben zu einer Falschaussage, um meinen Mandanten hier in die Pfanne zu hauen. Der Herr Staatsanwalt hat das ja auch schon ausgeführt. Jetzt wissen wir endlich, wie dieser Abend wirklich verlaufen ist. Und gestatten Sie mir ein Wort. Mein Mandant, der wird eine Therapie machen, um endlich vom Alkohol loszukommen. Und ich bin überzeugt davon, dass er für Dennis ein guter Vater sein kann. Wegen erwiesener Unschuld beantrage ich für ihn natürlich Freispruch. Danke, Herr Verteidiger. Herr König, Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Ja, ich habe natürlich Fehler gemacht und das tut mir auch leid. Die angesprochene Therapie werde ich beginnen und mich ändern wollen für Dennis, für meinen Sohn. Danke, dann verkündige ich das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung. Im Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Der Angeklagte Kilian König wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und seine notwendigen Auslagen trägt die Staatskasse. Also man kann schon überlegen, ob Sie alles richtig gemacht haben. Da haben Sie Alkohol im eigenen Glas gerochen, daran genippt und Sie gehen dann in den Keller, obwohl der Verdacht nache lag, dass die Kinder mit dem Alkohol agiert haben. Aber Sie haben ja erst mal an deren Gläsern gerochen und da haben Sie noch kein Alkohol gerochen in dem Moment. Und Sie wollten aus dem Keller ja auch wieder zurück eigentlich zu den Kindern, konnten sie aber nicht, weil sie eingesperrt wurden und damit konnten sie nicht rechnen. Und deswegen haben Sie Ihre Fürsorgepflicht nicht verletzt und sind natürlich hier frei zu sprechen. Marcel, das ist überhaupt kein dummer jungen Streich, auszuprobieren, wie das endet, wenn ein Alkoholkranker, ein Trockener plötzlich wieder Wodka bekommt. Gut, das ist widerlich. Das ist widerlich, das macht alle Bemühungen kaputt und wirft ihn wieder ganz auf den Anfang zurück. Und eigentlich fast noch schlimmer, dass ihr alle drei im Nachhinein lügt. In dem Wissen, dass sein Umgangsrecht dadurch verletzt ist. Nur der Dennis hat es irgendwann kapiert, dass er sich ja eigentlich ins eigene Fleisch schneidet, weil er seinen Papagann öfter sehen würde. Und mit den Lügen hätte es wirklich wahrscheinlich so ausgesehen, dass du ihn erst mal so gut wie gar nicht mehr gesehen hättest. Frau Dreyer. Wissen Sie, dass Sie gekränkt sind, wenn der seinen Heiratsantrag zurückzieht, das ist das eine. Aber dass Sie ihn dann vernichten wollen. Und ich rede wirklich von Vernichten, weil Sie doch genau mitbekommen haben, wie wichtig ihm sein Umgangsrecht mit seinem Sohn ist. Das ist wirklich schäbig. Und dass Sie sich dann noch eine Gegenleistung für Zwölfjährige ausdenken, dass Sie dafür Ihre Brüste anbieten, also da muss ich ganz ehrlich sagen, dass sind wirklich alle moralischen Mindestansprüche bei Ihnen ganz offensichtlich vom Kopf bis ins Dekolleté verrutscht. So, und zum Abschluss doch noch mal zu euch dreien. Eine Grenzerfahrung, was Alkohol bedrifft, habt ihr ja wohl inzwischen gemacht. Und da seid ihr mal fürs Erste kuriert. Eine andere Grenzerfahrung, die, die euch in diesem Deal versprochen worden ist, die wird euch fürs Erste wohl verwehrt bleiben. Aber ihr werdet ja sowieso demnächst mit dem Herrn Staatsanwalt in Kontakt und Dialog treten, dann sprecht mal mit ihm darüber. Denn sein Urteilsvermögen, wie ich dem Plädoyer entnommen habe, ist in solchen Dingen ganz offensichtlich sehr dreidimensional. Vor heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Eileen Dreyer wurde wegen falscher Verdächtigung und Anstiftung zur Falschaussage in zwei Fällen zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Ihr wurde auferlegt, an Kilian König ein Schmerzensgeld von 3000 Euro zu bezahlen. Dennis Boll trifft sich wieder regelmäßig mit seinem Vater, der eine Therapie begonnen hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017